500 Euro pro Tag ohne jegliche Vorerfahrung verdienen, das funktioniert mit den 10 besten Methoden zum Geld verdienen, die 100% funktionieren, denn ich habe sie alle für dich getestet. Also bleib auf jeden Fall dran, es lohnt sich, wenn du so schnell wie möglich 100% garantiert Geld verdienen willst. Hallo, hier der Steve von Geniale Geld Ideen, heute mit einem ganz besonderen Video, denn alle diese Methoden, die ich dir jetzt vorstelle, habe ich selbst getestet und ich kann dir garantieren, sie funktionieren 100%ig. Wenn du also wirklich selbst ohne Startkapital 500 Euro verdienen möchtest und das am Tag, und zwar ohne jegliche Vorerfahrung, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Ich habe alle diese Methoden selbst getestet im Vergleich zu vielen anderen YouTubern, die dir erzählen, wie du steinreich im Internet wirst, aber selber noch nicht eine dieser Methoden ausprobiert haben. Und es ist so, dass du hier bei den 10 Methoden, die ich dir jetzt vorstellen werde, von 20 bis zu 500 Euro an einem einzigen Tag alles verdienen kannst, such dir einfach die Methode aus und die Plattform, die dir am besten gefällt. Du brauchst dafür kein Startkapital, du kannst es ohne jegliche Vorerfahrung machen und es funktioniert wirklich sehr, sehr schnell. Eine Methode bringt dir 500 Euro in lediglich 45 Minuten Aufwand. Es funktioniert wirklich zu 100% und wenn du bis zum Schluss dranbleibst und Interesse daran hast, dann könnte es sogar sein, dass ich in diesem Video erstmals nach über drei Jahren ein Face-Reveal mache. Also wenn du schon immer mal wissen wolltest, wie ich aussehe, dann bleib auf jeden Fall dran. Und schreib jetzt in die Kommentare, ich will dich sehen. Schreib jetzt in die Kommentare, ich will dich sehen, lieber Steve. Und mal schauen, wie viele Kommentare es gibt. Und vielleicht gibt es am Ende des Videos dann tatsächlich mein Gesicht zu sehen. Also es lohnt sich auf jeden Fall ganz besonders dran zu bleiben und auch diesen Kanal zu abonnieren und ein Like für dieses Video da zu lassen. Wenn du künftig keine neuen Möglichkeiten zum Geldverdienen mehr verpassen möchtest und zum smarten Investieren, dann abonniere den Kanal komplett kostenlos und klicke rechts oben auf die Glocke und aktiviere alle Benachrichtigungen. Denn dann kriegst du automatisch eine Info, wenn es hier mehrmals pro Woche bei Geniale Geldideen neue geniale Geldideen gibt. Ganz herzlichen Dank dafür. Und jetzt geht es direkt los mit den zehn besten Methoden zum Geldverdienen. Methode Nummer eins ist Testerheld. Da kannst du Spiele und Apps online testen und dir schon direkt nach der allerersten Anmeldung 50 Euro sichern, weil so viele Aufträge dort direkt verfügbar sind. Keine Sorge, es wird in diesem Video noch besser und noch viel lukrativer. Eine Methode, die ich dir gleich vorstellen werde, die bringt dir sogar über 4000 Euro mit zehn Tagen Aufwand. Also es ist wirklich etwas ganz Besonderes, was du heute erleben kannst und wirst. Aber jetzt fangen wir erstmal klein an. Also Testerheld, eine ganz, ganz kleine, einfache Möglichkeit, bei der du dich kostenfrei registrieren kannst. Das ist ein deutscher Anbieter. Also auch da 100% seriös brauchst du dir keine Sorgen zu machen und wirst dann dadurch bezahlter Online-Tester. Das heißt, du kannst dich kostenlos dort registrieren. Dann gibt es unterschiedliche Tests, die du eben machen kannst. Du kannst den ersten Test entsprechend dort starten und wirst dann Schritt für Schritt da durchgeführt, was du also tun musst, wie du belegen musst, welche Produkte es gibt und so weiter. Und dann wirst du innerhalb von 24 Stunden bezahlt und kannst dir das Ganze dann auf dein Bankkonto auszahlen lassen und kannst außerdem, wenn du möchtest, noch Mitglied in der Testerheld Community werden. Also alles in allem super, super einfach. Einfach auf die Webseite gehen, gratis registrieren. Ich habe es schon gemacht. Und dann sieht das Ganze so von innen aus, wenn du hier auf Login gehst und dich dort einloggst, sobald du deinen Account kostenlos erstellt hast. So, und da siehst du, dass momentan meine Jobs hier, die jetzt verfügbar sind, in meinem Account, weil ich schon einige Dinge gemacht habe, Jobs im Wert von 3.795 Euro und 40 Cent sind, die ich hier tatsächlich ja im Grunde durchführen könnte. Die siehst du zum Beispiel, wenn ich bei Meinungsstudie einen Webseitentest mache, dann bekomme ich dort 3 Euro dafür. Wenn ich die Zasta-App teste, dann bekomme ich 6 Euro dafür und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Spiele, die du testen kannst. Das heißt, die installierst du dir und da kriegst du eine ganze Menge Geld für. Einiges wird dafür genutzt, In-Game-Käufe zu machen. Das bedeutet, du kriegst quasi von Testerheld Geld dafür, dass du dann im Spiel etwas kaufst. Das kriegst du hier von Testerheld dann wieder zurück, sodass dann der eigentliche Erlös von so einem Spieletest ein bisschen geringer ist als diese 93 Euro. Aber alles in allem kannst du dir hier in einem Tag 20 Euro, 25 Euro problemlos zusammen testen. Also eine coole Geschichte, um nebenbei einfach loszulegen und Geld zu verdienen. Methode Nummer 2 von den 10 besten Methoden zum Geld verdienen, und zwar zum garantiert Geld verdienen, ist diese Plattform hier, Robert Hood. Es klingt zu schön, um wahr zu sein, aber es funktioniert. Auch das habe ich selbst getestet. Damals gab es nur 200 Euro kostenlos von dieser Plattform. Mittlerweile sind es 500 Euro. Ich blende dir mal ganz, ganz kurz meine Auszahlung von damals ein. Also das waren die 200 Euro. Mehr gab es da noch nicht. Jetzt hast du die Möglichkeit, seit 2024, seit Juni 2024, mit dieser Plattform, die acht Jahre schon am Markt ist und über 2,5 Millionen Euro verteilt hat an Menschen wie dich und mich und viele andere und außerdem juristisch geprüft ist, eben 500 Euro zu bekommen. Wie funktioniert das Ganze? Ebenfalls wirklich komplett kostenlos mit Hilfe von Matched Betting. Du findest einen Link zu Robert Hood unten in der Videobeschreibung. Ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn du in Deutschland wohnst oder in Österreich und bei keinem anderen Wettanbieter außer bei maximal dreien für Online-Sportwetten registriert bist. Dann kannst du das machen und wirst garantiert 500 Euro bekommen. Wie funktioniert das? Du gehst auf die Webseite, wie gesagt, unten verlinkt und dann kannst du dich dort kostenlos registrieren. Dann kannst du die Gratis-App nutzen und einmal 500 Euro direkt verdienen, ohne Startkapital, ohne irgendwelche versteckten Kosten. Du musst nichts bezahlen und hast dafür insgesamt einen Aufwand von vielleicht 45 Minuten. Also, du möchtest hier kostenlos 500 Euro bekommen, trägst dich dann also auf dieser Webseite bei Robert Hood ein und dann lädst du die App hier kostenlos herunter. Die gibt es im Google Play Store und im Apple App Store. Du kannst aber auch die Webapplikation benutzen. Dann geht es direkt schon weiter mit dem nächsten Schritt. Du wirst ganz einfach spielerisch und intuitiv durch die App geleitet und kannst dem Support in der App jederzeit Fragen stellen. Das Team von Robert Hood ist wirklich kompetent und super nett. Ich arbeite mit denen schon sehr, sehr lange zusammen. Also hier absolute Empfehlung. So, und dann wirst du durch diese App Schritt für Schritt geleitet und musst dann einige Dokumente in der App zur Verfügung stellen, denn du musst ein sogenanntes Spielleiterkonto eröffnen. Also ein Girokonto ist das in der Regel, ein kostenloses selbstverständlich. Da werden die Wetten drüber abgewickelt und am Ende kannst du dieses Konto dann wieder kündigen. Und ganz, ganz wichtig, das Ganze ist hier garantiert, weil sie regelmäßig durch einen Datenschutzbeauftragten auditiert werden und einen freiwilligen Datenschutzbeauftragten auch bestellt haben. Also brauchst du keine Sorgen zu haben, dass dort mit deinen Daten etwas passiert. Dann wirst du einem Wettexperten zugeordnet, der ausgebildet und zertifiziert ist von Robert Hood und dann die gesamten Tippspiele übernimmt. Auch als Wetteinsatzgeber fungiert. Du musst also keinen Cent bezahlen dafür. Dafür gibt es eben andere Parteien in dieser Tippgemeinschaft. Und in diesem Schritt, und das ist relativ schnell der Fall, bekommst du schon deine ersten 50 Euro Gewinnvorschuss ausgezahlt und dann wird letztendlich gewettet. Du musst da nichts für tun und für können. Du kannst, wenn du möchtest, gerne mitentscheiden, was gewettet wird und was getippt wird. Aber das ist nicht erforderlich. Wenn du es nicht willst, musst du es auch nicht machen. Und durch die Robert Hood Matched Betting Methode ist das Ganze eben planbar und berechenbar. Also eine legale Form von Matched Betting. Und deswegen wirst du garantiert Gewinn erzielen. Und dieser Gewinn, der dort rauspurzelt, der wird dann zwischen dem Mitspieler, also dir, und dem Wetteinsatzgeber, der das Geld ersetzt, und dem Wettexperten aufgeteilt. Und du bekommst dann am Ende insgesamt 500 Euro für deinen Aufwand kostenlos dort ausgezahlt, auf dein Girobankkonto, das du dort angibst. Danach werden deine Daten gelöscht, auch laut DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung. Und das Spielleiterkonto kannst du weiterhin benutzen, wenn du möchtest. Du kannst es aber auch ganz einfach kostenlos kündigen. Dann hast du eben gar nichts mehr dort von übrig. Und das war's. Also für mich nach wie vor die beste Möglichkeit, 500 Euro mit einem Gesamtaufwand von vielleicht 45 bis 60 Minuten zu erzielen. Wenn du so knapp bei Kasse bist und unbedingt Geld haben möchtest, und zwar schnell und zuverlässig, probiere es auf jeden Fall aus. Link in der Videobeschreibung. Die dritte Möglichkeit, auch sehr, sehr spannend, ist es, komparse zu werden. Das heißt also, als Statist bei Film- und Fernsehproduktionen dabei zu sein. Und auch das, hundertprozentig wahr, habe ich auch gemacht. Also ich habe unheimlich viele Methoden in meiner Vergangenheit ausprobiert, damit ich dir wirklich hundertprozentig die Dinge darstellen kann, die auch wirklich funktionieren. Also du kannst komparse werden und das habe ich damals auch gemacht. Und deswegen gibt es jetzt die Möglichkeit, vielleicht gleich mein Gesicht zu sehen. Vielleicht kennen einige von euch den Film Late Show von Helmut Dietl mit Thomas Gottschalk, mit Harald Schmidt, Veronika Ferres, Jasmin Tabatabai und all den Stars. Und dort habe ich als komparse mitgewirkt. Und ich weiß es noch wie heute, ich habe dann einfach nur rumgestanden. Also du musst als komparse nichts anderes machen, als einfach nur rumstehen. Und ich habe da in Köln an einem Bahnhof nachts gestanden. Das waren so fünf, sechs Stunden. Es gab Catering auf Kosten des Filmsets und ich habe nichts gemacht, als neben einer schwenkbaren Kamera an einem Bahnhof gestanden und mir angehört, wie Veronika Ferres und Jasmin Tabatabai sich streiten. Und das irgendwie fünf Stunden lang. Und ich bin sogar im Film am Ende zu sehen. Und dafür habe ich damals, ich glaube, 150 Euro gekriegt. Mittlerweile kriegst du viel, viel mehr Geld. Wenn du beispielsweise auf die Plattform komparse.de klickst, dann siehst du hier, welche Angebote es gibt. Es gibt manchmal sehr konkrete Sachen. Du brauchst einen Weihnachtsmann-Darsteller, der eben gesucht wird zwischen 25 und 65 Jahren, bestimmte Körpergröße. Es gibt aber auch manchmal einfach nur Menschen, die irgendwo durchs Bild laufen, die egal aussehen. Also es muss also jetzt nicht immer ein besonderes Alter sein oder ein besonderes Aussehen. Du musst nicht besonders schön sein, du musst kein Model sein. Im Gegenteil. Und für all diese Dinge wirst du letztendlich bezahlt. Zum Beispiel hier im Großraum Köln-Bonn gibt es einen Aufruf. Es werden Jugendliche gesucht zwischen 12 und 16 Jahren. Also wenn du Schülerin oder Schüler bist, kannst du dich hier ganz einfach bewerben. Und du bekommst dort zwischen 120 und 140 Euro. Wenn du mir ein bisschen näher reinschaust, dann siehst du hier, das Ganze findet in diesem Fall beim 25.10. statt. Aber es gibt immer neue zusätzliche Angebote. Und wenn du keinen Text sprechen musst, also einfach nur dort durchs Bild läufst oder irgendwo rumstehst, bekommst du für eine Dauer von etwa 5 Stunden 120 Euro ganz einfach so ausgezahlt. Andere Plattform, die auch sehr, sehr lukrativ ist, ist StagePool. Dort werden nicht nur Komparsenjobs, sondern auch echte Schauspieljobs vergeben. Wenn du dich für so etwas interessierst, dann ist das auf jeden Fall etwas, wo du dich mal mit beschäftigen solltest. Hier gibt es beispielsweise für den Dreh in München. Dort werden Militärpolizisten gesucht. Also du kriegst deine Uniform an und bist einfach nur Statist, stehst dort im Bild rum. Und dafür kriegst du in diesem Fall 125 Euro Aufwandsentschädigung. Oder hier in München einfach ein vorgesetzter Hinhalter von 40 bis 60 Jahren, 125 Euro und so weiter. Eine dritte Möglichkeit ist Job Work. Auch hier kannst du ganz einfach auf Jobs entdecken klicken. Und dann hier weiter runterscrollen und siehst dann hier, welche Komparsentätigkeiten dort angeboten werden. Zum Beispiel ein älterer Statist oder älterer Statistin für eine Autoszene wird gesucht zwischen 65 und 85 Jahre. Und dafür bekommst du zwei Stunden fürs Rumstehen 120 Euro. Hier für den ganzen Drehtag 250 Euro. Gibt es auch in der Schweiz. Also überall gibt es solche Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen. Und weil du es so lange ausgehalten hast in diesem Video, zeige ich dir jetzt, wo ich tatsächlich zu sehen bin in diesem Film. Denn meine Szene ist noch drin. Also ein ganz kurzer Ausschnitt hier aus Late Show. Und der Mensch, der im Hintergrund hinter Jasmin Taber dabei an diesem Kamerakran steht und ziemlich dumm in die Wäsche guckt. Und das bin ich also jetzt hier offiziell zum allerersten und zum einzigen Mal auf diesem Kanal, der Steve-Face-Reveal. Bisschen nackt und den Blöds vor ihm steht. Ja. Nein. Wenn du jetzt nicht spielst, dass ich dir sage, du Miststück. Wenn du dein Gesicht nicht zeigen möchtest, dann könntest du mit der Methode Nummer 4 vielleicht durchstarten. Das ist Software zu testen. Unter anderem ist das möglich mit der Plattform TestBirds. Das heißt, Unternehmen wie Henkel, BMW, die Deutsche Bahn, Otto und Co. beauftragen eben diese Plattform, um unabhängige Menschen mit dem Test von der Usability von ihren Apps bzw. von ihren Websites etc. zu betrauen. Also es werden Menschen gesucht, die nichts Besonderes können. Also deswegen gibt es hier die Möglichkeit, dich ganz einfach zu registrieren. Dazu klickst du auf die Webseite TestBirds und scrollst ganz nach unten auf den Bereich Tester werden. Dann kommst du in einen anderen Bereich, nämlich hier in das TestBirds-Nest für Tester. Du kannst dich dort kostenlos registrieren und hast dann die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Du musst also im Grunde eine Webseite testen, musst dort einen kleinen Testbericht schreiben und bekommst durchschnittlich dort 15 Euro dafür. Wenn du einen Fehler findest, kriegst du sogar zusätzliche Bonuszahlungen. Du kannst machen, wann und wie und wo du möchtest. Und mit deinem eigenen Gerät brauchst du also lediglich eine Smartwatch, ein Handy, ein Tablet oder einen Computer oder einen Laptop und kannst damit dann direkt loslegen. Und auch hier, Datenschutz steht oben, niemals werden Datenantritte weitergegeben. In der FAQ ist das so, dass du hier siehst, was bekommst du. Du kriegst einen Fixbetrag, wenn du deinen Bericht von diesem Software-Test verfasst und abgeschickt hast. Der kann zwischen 10 und 50 Euro oder sogar noch mehr liegen. Und grundsätzlich kannst du sagen, pro Test verdienst du zwischen 10 und 30 Euro. Das Ganze dauert eine bis zwei Stunden Arbeits- und Aufgabenumfang. Also es ist ein guter Stundenlohn, in einer Stunde 30 Euro zu verdienen. Da müssen andere sehr, sehr lange für arbeiten. Und je komplexer diese Tests, desto mehr Geld gibt es. Hier kannst du sogar bis zu 100 Euro verdienen an einem einzigen Tag mit einem einzigen Test. Wenn du lieber mit Apps Geld verdienen möchtest, dann kannst du auch Microjobs machen, zum Beispiel mit der Plattform Streetspotter. Es gibt noch weitere andere Websites, die ähnlich funktionieren. Das heißt, du kannst mit deinem Smartphone Geld verdienen. Klickst einfach hier oben rechts auf App Download und hast dann die Möglichkeit, Spots in deiner Nähe zu finden. Also egal, in welcher Stadt, an welchem Ort du suchst. Da werden dann automatisch angezeigt, wo es Aufgaben gibt und wie viel Geld du dir dafür ausgezahlt bekommst. Und da musst du eben unterschiedlichste Aufgaben erledigen, in diese App eintragen. Und dann kriegst du dafür Geld. Und das kannst du dir auf dein PayPal-Konto ganz einfach auszahlen lassen. Und die Aufgaben sind hier ganz bunt. Du siehst zum Beispiel hier, du kannst ein Store-Check machen. Das heißt, du überprüfst, wo welche Dinge in einem Laden sind. Du musst das in der Regel fotografieren. Du kannst Mystery-Shopping machen, also undercover unterwegs sein und dort bestimmte Dinge kaufen. Du musst bestimmte Sachen fotografieren für die Auftraggeber in irgendeinem Laden beispielsweise. Du musst in Drogeriemärkten Preise checken. Und für all das bekommst du bei Streetspotter Geld. Also hier eine sehr coole Möglichkeit mit Microjobs ohne Startkapital, egal wo du gerade bist, mit deinem Handy Geld zu verdienen. Noch mehr Geld kannst du mit Methode 6 verdienen, indem du Plasma spendest. Plasma ist ja ein Teil des Blutes und zwar eine sehr schonende und moderne Form der Blutspende. Es wird nämlich nur der flüssige Teil deines Blutes dort, der in der Regel ja quasi durchsichtig und klar ist und nicht rot wie das normale Blut, also das Blut Plasma eben, dort abgezapft. Und in der Regel bist du danach nicht so kaputt und du wirst wesentlich besser dafür bezahlt. Denn in der Regel ist es so, wie beispielsweise bei HEMA, dass du, wenn du dort entsprechend Plasma spendest, eine Aufwandsentschädigung erhältst. Und diese Aufwandsentschädigung, das siehst du hier, geht aus einer Pauschale von 25 Euro. Das Ganze dauert eine bis anderthalb Stunden, was eine Voruntersuchung und danach wird eben das Plasma dort abgenommen. Das wird natürlich wieder automatisch im Körper neu gebildet und du kannst eben bis zu 60 Mal dann so eine entsprechende Plasmaspende für jeweils 25 Euro pro Jahr durchführen. Das bedeutet 60 mal 25. Du hast im Jahr die Möglichkeit, mit so einer Plasmaspende 1500 Euro zu verdienen. Und das ist einfach eine schöne Geschichte, wenn du uns auch noch was Gutes tun willst und anderen Menschen helfen möchtest, indem du eben dein Blut Plasma dort spendest, hast du da die Möglichkeit, sogar richtig viel Geld mit zu verdienen. Also eine echt gute Möglichkeit, wenn du kein Geld hast, wenn du pleite bist, direkt loszulegen und Plasma zu spenden. Methode Nummer 7 zum garantierten Geldverdienen ist es, mit Umfrage-Apps zu agieren. Da wirst du natürlich nicht so reich und nicht so viele hunderte und tausende Euro verdienen, aber du hast die Möglichkeit, dir durchaus pro Tag so 10, 20 Euro zu verdienen. Adapol ist eine der seriösesten und best funktionierenden Plattformen. Dort ist es so, dass Forschungsunternehmen eben nach Menschen suchen, die Umfragen durchführen, die auch auf das entsprechende Profil passen. Dann wirst du solchen Umfragen zugelost und erkennst dann in der App, die hier im App Store eine durchschnittliche Bewertung von 4,5 Sternen hat, von 4,3 bei Google Play. Also da kannst du wirklich nichts falsch machen. Dann bekommst du da entsprechend Geld für. Ich blende eben jetzt mir hier kurz ein, meine letzten Auszahlungen bei Adapol. Ich habe dadurch, dass ich eben nicht nur selber Umfragen ausfülle, sondern auch im Empfehlungsprogramm bin, das kannst du auch machen, und dort 40 Cent für jeden Menschen erhalte, den ich werbe, der ebenfalls mitmachen möchte. Das kannst du natürlich auch tun, wenn du deine Freunde, Verwandte, Bekannte einlädst. Dadurch war es mir möglich, über 1.000 Euro auszuzahlen in der letzten Zeit. Und das kannst du auch. Wie das funktioniert, das findest du in der Videobeschreibung unten. Da gibt es einen Link und ein Video, das dir genau zeigt, wie du mit Adapol Geld verdienen kannst mit einer ganzen Menge Zusatz-Hacks. Also Umfragen-Apps sind nicht so wenig lukrativ, wie du vielleicht denkst. Also auch das habe ich echt ausprobiert, live Erfahrungen gesammelt, wie bei den anderen Methoden auch, damit du weißt, dass ich dir nichts Dummes hier erzähle, sondern alles echte Erfahrungen sind. Du kannst damit gutes Geld verdienen. Richtig gutes Geld kannst du übrigens auch mit Methode Nummer 8 verdienen. Und das sind klinische Studien, zum Beispiel Medikamententests und Arzneimittelstudien, wenn du daran teilnimmst. Da gibt es unterschiedlichste Anbieter. Du musst einfach ein bisschen googeln. Icon ist einer, der in Holland, also in den Niederlanden aktuell sitzt. Und da gibt es eben entweder die Möglichkeit, Medikamente zu testen. Das ist natürlich vorher schon mehrfach getestet, auch an Menschen. Aber du hast natürlich da immer ein kleines Restrisiko, aber natürlich auch extrem lukrative Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Nimm mal an, du bist beispielsweise mit Depressionen diagnostiziert. Dann kannst du dich für diese Studie bewerben, sofern du ein Nichtraucher bist und zwischen 18 und 55 Jahre alt. Im November würden dann 10 Tage vor Ort in dieser niederländischen Einrichtung dort anstehen. Dort wirst du dann mit einem Depressionsmedikament behandelt und die werden dich untersuchen und überprüfen, wie das Ganze ist. Du musst hinterher nicht nochmal wiederkommen und bekommst für diese 10 Tage Aufenthalt. Und da bekommst du Kost und Logis frei. Du kannst da schlafen, du kannst da essen etc. Und wirst halt mehrfach untersucht und dieses Medikament nehmen, kriegst du 4.484 Euro. Also hier sind die Preise bzw. die entsprechenden Vergütungen bei solchen klinischen und Arzneimittelstudien extrem hoch. Also hier kannst du, wenn du so etwas machen möchtest und die Medizin unterstützen willst, mit deinem Einsatz eine ganze Menge Geld verdienen. Und das innerhalb kürzester Zeit. Methode Nummer 9 kannst du immer mal wieder nebenbei machen. Nämlich das, was du irgendwo rumliegen hast und nicht mehr brauchst, verkaufen. Und kaum eine andere Plattform ist einfacher als Momox. Seit 20 Jahren gibt es die. Momox.de ist die URL. Und da kannst du ganz einfach von alten DVDs und Videokassetten und Spielen, die du nicht mehr brauchst, einfach den ISBN-Code eingeben oder einfach entsprechend den Barcode dort scannen bzw. eintippen. Dann kannst du dir anschauen, wie viel Geld du bekommen würdest für deine entsprechenden Artikel, die du verkaufst. Und kostenlos kannst du das Ganze dann an Momox schicken und bekommst im Nachgang dann dein Geld zur Verfügung gestellt. Hier ist es laut Shop-Auskunft, Kundenbewertung so, dass 4,53 Sterne von 5 möglichen durchschnittlich gegeben werden. Also auch hier ein sehr, sehr seriöser Anbieter. Und hier siehst du auch, was es eben aktuell gibt, was dort gut angekauft wird. Wenn du beispielsweise eine DVD, in dem Fall eine Blu-ray von The Marvels, verkaufen möchtest, kriegst du 6,89 Euro dafür. Wenn du hier John Wick Kapitel 4 verkaufen möchtest oder die komplette Game of Thrones Serie, kriegst du hier 60 Euro dafür. Und da brauchst du das Ganze eben nicht einzeln aufwendig auf Kleinanzeigen hochzuladen, sondern einfach kurz den Barcode einzugeben. Dann kriegst du mit einem Klick auf Los direkt angezeigt, wie viel Geld in deiner Verkaufsbox dann ankommen wird. Du legst das Ganze rein und kannst dann entsprechend diese Dinge, Schallplatten, CDs, Bücher, DVDs, Blu-rays, Spiele, Software, aber auch Kleidung, Schuhe, Accessoires und so etwas an Momox verkaufen und kriegst dann garantiert dein Geld dafür. Eine sehr coole Möglichkeit, um einfach und schnell die Dinge, die du rumliegen hast und nichts mehr brauchst, zu Geld zu machen. Und last but not least hier noch die zehnte Methode, Geld zu verdienen. Ebenfalls mit einer einfachen, aber richtig, richtig guten App. Auch hier natürlich mein eigener Test. Ich habe auch Simenio auf Herz und Nieren getestet. Für mich ist das die beste Bewertungs-App, die es aktuell gibt, denn sie wird dort entsprechend zum Einsatz kommen, wo du Dinge hast, die dir zu Hause schon im Haushalt vorliegen. Eine Waschmaschine, ein Computer, ein Laptop oder auch irgendwelche Medikamente, Nasenspray. All sowas habe ich dort schon getestet und rezensiert. Oder Reisen beispielsweise oder Reiseorte. Und da schreibst du dann einfach ein bisschen was zu. Du musst nachweisen, dass du dieses Gerät tatsächlich hast und besitzt, indem du ein Foto davon machst und das hochlädst. Ein paar Texte, ein paar Zeilen dazu schreibst. Und dann dir Geld dort auszahlen lassen kannst. Und du siehst, aktuell sind über 20.000 Produkte online in dieser App, die du bewerten kannst. Du kannst danach suchen, du kannst da durchscrollen und du hast garantiert viele, viele dieser Artikel zu Hause. Und du kriegst bis zu 8 Euro für eine einzige Bewertung, die vielleicht einen Aufwand von 10 Minuten für dich bedeutet. Und das Ganze kannst du dir dann in Amazon-Gutscheinen auszahlen lassen. Auch hier blende ich dir mal kurz meine letzten Auszahlungen ein. Auch hier habe ich schon 30, 40, 50 Euro und mehr auszahlen lassen. Also du siehst, es funktioniert ebenfalls wieder mit Beweis. Das waren sie, die 10 besten Methoden um 500 Euro oder vielleicht sogar noch mehr ohne Startkapital garantiert zu erhalten. Du hast mein Gesicht gesehen, wenn du gut aufgepasst hast. Wenn nicht, scrolle nochmal und spule nochmal dieses Video zurück. Und du hast außerdem wirklich 10 sehr, sehr coole und lukrative Methoden zum Geldverdienen kennenlernen können. Ich habe sie alle getestet, du hast meine echten Einnahmen gesehen. Also ich kann dir versprechen und garantieren, wenn du das ausprobierst, egal ob du jetzt noch keinen einzigen Cent momentan in der Tasche hast. Wenn du das machst und dich dahinter klemmst, dann wirst du damit Geld verdienen und innerhalb von kürzester Zeit deine ersten 500 oder 1000 oder sogar noch mehr einnimmst. Also schau ganz in Ruhe nochmal zurück. Notiere dir die Methoden, probiere sie aus. Viele davon habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Du kannst aber auch noch eine ganz, ganz coole Methode testen, die dir innerhalb kürzester Zeit mit nur 25 Minuten immer wieder und wieder 5 Euro einbringen kann. Wie das funktioniert, erfährst du, wenn du links auf das eingeblendete Video klickst. Es lohnt sich, denn einfacher kannst du nicht Geld im Internet verdienen. Wie das funktioniert, wenn du das Video klickst.